Bruno Peter, Willisau Weil ein langgehegter Wunsch des FC Willisau nach der Realisierung eines Kunststrasenspielfelds auf dem Schloss Feld nach vielen Jahren Fahrt aufnimmt. Eine Kunststrasse ermöglicht, dass unsere rund 450 aktiven Fussballerinnen und Fussballer das ganze Jahr draussen schütten können, auch wenn es regnet und schneit. Damit eine neue Kunststrasse Sinn macht, braucht es inklusive der notwendigen Sicherheitsabstände eine Mindestfeldgrösse von 96 m in der Länge und 63,60 m in der Breite. Dazu wird die Stadt eine Machbarkeit- und Projektierungsabklärung in Auftrag geben.